hallo ich bin überlegen wie ich jetzt am besten nach hause kommen wenn ich sterbe im wasser komme ich ja nicht wieder zurück ja aber ich kann nicht mehr fliegen das ist ja mein problem wenn zum nächsten gelegenen sicheren ort gebracht das ist der gelbe wald cool bin schneller da als du und ich glaube die richtung der nächstgelegenen sichere ort ist der gelbe wald von dahinten aus das ist ja geil und wir können den schmelzofen machen den brauchen wir und damit hallo und herzlich willkommen ich werde nicht alles auf einmal aufnehmen unser ja geil unser ganzes dings hier ist verrottet super honigflasche habe ich entdeckt diese habe ich nur nicht flasche entdeckt ach so beim absaugen jetzt oder was ja der ep hat jetzt eben wieder zwei hohen neue sachen entdeckt die wir alle bauen können deswegen habe ich gedacht ich mache jetzt einfach nur meine aufnahme aber wir nehmen nicht so viel auf zumindest hat er das behauptet eben noch wir nehmen nicht so viel auf dass wir eine ganze folge haben wir hatten das dann zusammen ach ja weiter der schmelzofen ach nein sagt mir jetzt nicht da brauchst du siehst du nee das sind kupferdrähte wie viel kupferdrähte brauchen wir sechs stück insgesamt und energiekern habe ich ein glühholz ist auch genug ne da fehlt uns noch eins hast du das abgebaut eins musst du noch rein machen natürlich habe ich das abgebaut ja weil meine elf sind da drin schon und lagerschuppen brauchen wir hartholz noch für lagerschuppen ach das sind so kleine hast du noch keinen gebaut ne ne möchtest du feierlich bei dem bei dem haus dabei sein wie das jetzt stellt es hier vorne hin ja ja machen aber das ist ein lager weißt du ja 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 aber dann können wir da die sachen zum beispiel für die schmiede reinmachen weißt du ja ja doch hartholz habe ich noch das schmeißig ein gelbes glas bräuchten wir dann noch wo hast du denn getrocknete glühfrucht meintest du hier habe ich gerade gemacht feierlich bei sein oder wachs kann wir machen ne wir können kein wachs nein warum bist du so blöd was denn wieso hast du den nicht hochkant gestellt damit wir ganz viel da rein kriegen weil 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 das teuer das ist das ding das können wir nicht gesteigerte effizienz bei der oa hückel experte oder sowas erhöhe die gemütlichkeit des gehüftes auf 3 aber dann hast du endlich das haus gemacht ja im moment warte mal ein gelbes glas hattest du noch nicht ne gelbes glas habe ich noch nicht gemacht ach so aber ich habe ich brauche eine getrocknete glühfrucht ja hier habe ich eine habe ich hier wofür für das gelbe glas weiter gebe ich dir aber musst du das glas nicht woanders machen wie muss das hier machen ja ich hier in dem erweiterten dings bräuchte ich freie tun ja wenn du das gelbe glas machen kannst ich weiß nicht ob das weil er sagt ich brauche gelber kristallschraub ich glaube ich nehme ich wiederum dann gebe ich dir die glühfrucht gib mir das ding jetzt gib 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 her los nein du hast ey jetzt nervt mich nicht jetzt mach raus du hast du schon da liegt es doch ich bin überladen der nimmt das nicht so schnell an äh der macht übrigens 2 direkt ich brauche zwar eigentlich nur 1 für das hier vorne aber ist das dann fertig äh ja nee hartholz brauchst noch 6 26 hartholz achso ja ich dachte ich hätte alles gehört ok dann ist es nicht ganz ahja ich bin ja beladen ich kann ja nicht fliegen ist ja gut wir haben das gehöft ganz groß gemacht jetzt hat der schon wieder kritischer treffer ah ist das jetzt weil ich hier reingekommen bin jetzt tu doch mal wo ist denn hier der eingang wieso kann ich das nicht anvisieren wieso kann man das haus nicht anvisieren achso er zeigt es noch wieder nicht an hier kritischer treffer schläge und schwünge mit der stachelsäge haben die chance zusätzlichen schaden zu verursachen also dass das ein bisschen schneller geht und der letzte effekt wäre dann geerntete feldfrüchte haben die chance zusätzliche rohstoffe zu generieren das heißt wir müssen noch auf stufe vier erhöhen wir müssen hier noch deko drum herum aua wir müssen hier noch deko drum herum machen ich kümmere mich da schon mal drum warte mal deko dekoration nöbel das ist das ist das ist schöne deko können wir das auch da drauf machen wo baut das denn noch so ein barren für weil einen habe ich noch ähm ja für die verbesserungen eigentlich boah ne kauf nicht da jetzt irgendwelche barren mit kannst du mal zwei lehm machen könnte ich aber will ich das und ein farbloses glas vier lehm und ein farbloses glas farbloses glas nicht linse glas farbloses glas ich glaube da haben wir keine und vier lehnen ein glas reicht oder mehr eins war es glaube ich weil das braucht eine minute 20 äh eins ja was kann man denn dann mit dem da kann ich doch jetzt mit dem ofen kann ich doch diese andere erweiterung machen oder nicht weil da stand hier hier liegt was von dem ofen gelbes glas liegt da rum habe ich aufgenommen ja das brauchen wir für dieses lager soll ich da rein machen ja ist fertig aber wir brauchen noch hartholz das hartholz sind die dicken bäume wo sind denn die hier hier sind doch äh wo sind überhaupt die bäume hier oben ist ja gar nichts mehr ja vor allen Dingen die wachsen nicht nach habe ich denn einfach äh wir haben doch die ganze zeit gar keine bäume geholt ja ein paar sind hier aber noch was ist das denn wir haben doch die ganze zeit hier überhaupt nichts geholt von dem holz wieso ist denn hier nichts mehr vielleicht wächst das doch nicht nach ja aber das ist immer nachgewachsen ich habe ich habe acht wie viel brauchen wir äh vier sechs oder so ja toll dann reicht das ja ähm ich habe das übrigens gerade gemerkt beim beim hauen da kommt dann immer so ein so ein effekt so ein viereckiger ja der macht dann wohl mehr schaden also dass das was schneller geht ja wofür brauchst du das jetzt nochmal ich kann doch nicht so schnell laufen mit dem das sage ich dir nicht für das eine ne genau ja das ist nicht dein ernst jetzt ich kann das aber gleich da rein tun warte mal hä wieso habe ich jetzt drei achso ich tue den lehm auch mal da rein du wolltest vier lehm haben die sind da drin ne kleiner mieser penner 750 ja gut es ist sehr teuer muss man dazu sagen aber achso lehm ja genau dann nehme ich den schon mal eisen erz kohle habe ich jetzt noch reingetan ähm ich tue alles rein außer die samen halt habe ich noch hartholz was ich ja extra für dich holen sollte ja aber das brauchen wir wahrscheinlich sowieso noch mhm so ich weiß nicht wofür ich die giftigen Sporen extra gemacht habe die brauchst du für Batterien ja für irgendwas irgendeine Verbesserung achso eine Verbesserung was brauche ich für das eine nochmal nein mach das Unkraut hier weg er will es mir mal wieder nicht sagen mir guck ich selber mal was denn was denn ich sag doch die Verbesserung von der du die ganze Zeit am prallen bist die ich haben soll aber nicht haben kann Eisen das ist das mit der Säge das letzte unten von der Säge links noch stabilere Materialien fünf Eisenteile und zwei Elektronik genau jetzt habe ich natürlich kein Eisen mehr ne fünf Eisenteile und zwei doch wir haben 60 aber wir haben keine Kohle immer noch ich habe nur vier Eisenteile ich brauche Krohmeisöl ja super die haben wir hier oder ja und du hast mir die Sachen grad weggenommen so wie es aussieht also ich habe vier Teile und ein Teil ja super vielen Dank soll ich dir das in deinen Dings tun weil du kannst das doch gar nicht tragen oh warte mal ich gebe dir das noch was macht die Blumenpresse eigentlich achso das war das mit der Farbe die macht Blumen die presst Blumen Eisenteile und das eine Ding was ich nicht aufheben kann weil ich immer noch überladen bin jetzt äh Kroma was ist das so Kroma hast du gesagt ne Kroma also das Maisöl was ist das denn hier ist hier nichts mehr drin Gemütbeerenöl Farbmischer wieso machst du den Farbmischer dann nicht direkt neben dem Ding wo du die Farbe rauskriegst ich hab das nicht gemacht das hast du gemacht ne doch du machst zum nächsten ein Kroma ist wie viel Kroma ist du brauchst du denn ach was habe ich denn eben gesagt weiß ich doch jetzt nicht mehr machen wir mal vier das ist einfach dumm ja so viel haben wir nicht ach jetzt muss ich hier wieder reingehen ach ne äh doch eigentlich schon warte mal ich brauch ein Elektronik und ein Eisenteil noch Moment ein Elektronik und ein Eisenteil das heißt ist gerade alles in der Mache aber das könnte ein bisschen da waren äh ein Kupferdraht brauch ich noch ich geh jetzt raus kann mir das hab ich den Kupferdraht jetzt ja ich hab nur nicht ich hab fahrbloses Glas wolltest du nicht auch fahrbloses Glas haben was Elektronik und was hab ich gesagt ein ach nein ach sch scheiße ja ich hab jetzt aus Aluminium Elektronik gemacht ja die brauchst du auch da wollte ich auch was von haben kannst du mir geben äh Eisen hab ich dir gesagt ne nee das ist jetzt falsch genau 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 und ich brauch vier Chromaisöl guck mal hab ich doch gut geraten ja aber die also hier liegt was was ist das wo nicht Flaschenöl du bist mich hier so im abdringen dass ich es nicht nehmen konnte du hast jetzt die Hälfte selber eingesammelt ist hier in dem in dem einen ja ich hab kein einziges Öl ja das ist in dem Kasten hier in der Kiste drin hab ich's reingetan aber es sind auch keine vier so viel hat er noch nicht gemacht nur einer in der anderen Kiste gucken wir mal äh oh oh Gott okay also ich kann den stärksten Schleim weg machen ich kann die stärksten Holzdinger weg machen und ich kann das stärkste wegsaugen ja das hätte ich vorher gebraucht dann hätte ich mir nicht so viel Mühe machen müssen dass ich eine größere Fläche auf einmal wegsaugen kann naja gut ist jetzt ist jetzt so wieso ist jetzt schon wieder das Licht aus ah Gott oh Gott oh warte mal kam nicht bald kamen da nicht die Sporen ah ja okay noch drei Tage morgen und übermorgen wird's noch regnerisch und dann drei Tage Sporen aber irgendwie ich glaub je mehr du baust umso weniger Ressourcen kommen dann auch wieder kann das sein Och komm ey du kannst nichts zu Ende machen also ohne dass der Tag schon wieder wechselt und dann hängst du erstmal und kannst dich nicht bewegen ja aber das ist ein Zeichen ja aber ich will doch nur kurz die Steine da rein tun und das will der verhindern das sollst du ja auch nicht tun mehr will ich doch gar nicht ich will nur die paar Steine da rein tun sag mir bitte nicht die sind alle verdorrt weil du die nicht gegossen hast was ist verdorrt? ja 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 sie sind alle verdorrt was denn? alles die ganzen Zweige die ich angedienst hatte die ganzen alles was neu ist ist alles verdorrt ja dann musst du es auch gießen ja ich hab extra gesagt gieß das nochmal eben aber es ist jetzt kaputt ganze komplett alle großen Felder sind kaputt und die kleinen auch so wie es aussieht kriegst du auch nichts mehr von raus ne und keine Samen obwohl ja doch ein paar Samen kriegst du noch raus ja ich hab auch gerade wieder eingesammelt ganze Mais und alles alles kaputt alles neue ja da ist er ich werde ja nicht was verkauft ja ja wir haben es geschafft ich hab's geschafft wir sind auf Stufe 4 hast du das überhaupt mitbekommen da hinten in deinem Menü? wir haben irgendwie scheinbar kann man das nur von einer Seite anklicken wir haben jetzt den den Effekt geerntete Feldfrüchte haben die Chance zusätzliche Rohstoffe zu generieren ich vermute mal dass das so viel heißt wie dass du mehr rauskriegst oder so keine Ahnung ja vielleicht ja das muss ich sowieso ich muss ja eh mal alles alleine machen hier und dann geht die Ernte ein weil du nichts gemacht hast ja ja kannst du nicht machen jetzt hau hier nicht vor Wut vor unsere Sachen und auch nicht vor mich oder hinter mich kleiner Feigling na gut na gut dann würde ich sagen da wir auch schon total müde sind mittlerweile und wir sowieso aufhören wollten ich euch das jetzt aber nicht noch vorenthalten wollte was wir jetzt hier gemacht haben weil sonst ist das immer so doof dann guckt man sich die nächste Folge an und denkt wo kommt das denn jetzt alles wieder her vor allen Dingen die neuen Sachen achso konnten wir noch irgendwas anderes bauen also jetzt außer Deko das sind die achso das Plumpsklo hätte ich natürlich machen können jetzt habe ich dem Epi endlich das Plumpsklo gekauft und ich habe es nicht gemacht ach du hast so ein orange so ein rundes Beet hast du gekauft ok das war jetzt der Häcksler das hatten wir aber vorher auch schon alles das war neu mit dem Schmelzofen große Pflanzenkiste und so weiter das ist auch nicht neu das war nur neu ok aber ich frage mich echt bei Konstruktionen Gehöfte ob es jetzt hier welche gibt die noch größer sind ne weil ich meine eigentlich du kannst nur bis Stufe 3 machen kann natürlich sein dass wir später noch mehr hinkriegen dann würde ja das wäre natürlich krass dann hätten wir jetzt 20.000 Häuser stehen wobei sind wir mal ehrlich streng genommen das erste könnte man eigentlich abreißen also jetzt aktuell nicht weil da ja der ganze der ganze Raum sage ich mal mit verbunden ist aber bevor man jetzt hier so viele Häuser hat oder wir hätten die alle in einer Reihe bauen müssen diese Reihenhäuschen ist doch scheiße kannst du mir mal bist wo bist du auch da kannst du mal das Glas hier in irgendeine Kiste tun das kann man nicht nutzen wenn man das so eine Art nicht nimmt das Glas hier ist klar los ist klar so da farblos ja das ist mein irgendeine Kiste tun ne das ist der Komposter ne ich glaub die sind zu weit weg für das Gerät ach du willst das noch sagt das doch ja ich will eine farblose Linse machen ja die muss aber auch so mitnehmen oder ich klau dir die ah zu spät ich hab sie ja schon na 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 und der schwupp oh das wollte ich nicht nein scheiße jetzt stand er noch auf dem ach komm na gut aber ich glaub wir hören jetzt mal hier auf oh er liegt aber auch noch ja das habe ich ja gerade schon gesagt und der Ebi hat es jetzt auch nochmal gesagt und äh ja mit dem nächtlichen Ausblick hier auf unsere Felder die so schön bewässert werden machen wir dann hier mal einen kleinen Cut und ähm ich würde sagen in der nächsten Folge gucken wir auch mal was nochmal die Anfrage von Ulf war aber ich glaub der wollte Weizen oder so ne ne der wollte von dem Chroma Zeug das ganz viel haben oder irgendwas ja er wollte nur 10 oder so meine ich davon haben ne 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 na ich guck da nochmal das war glaube ich nicht so weit weg da kann man nochmal hingehen und nochmal kurz gucken du weißt schon dass das unser Wasser ist was du hier gerade verschwendest das ist mein Wasser ja hoffentlich holst du das nicht wieder aus den Kannenblättern raus in meiner Pistole und dann hast du wieder keins um zu bewässern ich weiß geh jetzt hier raus tschüss so der Ebi hat sich verabschiedet und wir machen das jetzt auch bis zur nächsten Folge tschau 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 da wir aber soweit schon alles gemacht haben was wir konnten werden wir mit der nächsten Folge leider warten müssen bis das neue Gebiet freigeschaltet wird da machen wir dann auch gleichzeitig die Anfrage von Ulf nochmal bis dahin tschau tschau vielen dank für dein like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren Abonnieren.